Bei so vielen Autos auf der Strecke ist der Start nicht ungefährlich, sei vorsichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nach Rutscheiben ist der Moment traurig dabei. Wir glauben, dass das Auto vor dir sprit für das Ende des Ressens spart. Klasse Aktion, er ist der Platz und jetzt bleibt er vorne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 15 Minuten leicht zu regnen anfangen. Auf dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 15 Minuten leicht zu regnen. Auf dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 15 Minuten leicht zu regnen. Auf dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 15 Minuten leicht zu regnen. Auf dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 15 Minuten leicht zu regnen. Auf dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 15 Minuten leicht zu regnen. Auf dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 15 Minuten leicht zu regnen. Dein Hintermann hat jetzt etwas abreißen lassen. Du musst nicht mehr ganz so hart pushen. Okay, du musst unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das Magel-Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist 2. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reisen auf. Wie aus, als würde sich das Wetter in den nächsten Minuten verschlechtern. Die Telemetrie-Daten weisen auf optimale Reisentemperaturen hin. Die Strecke scheint ziemlich trocken zu sein. Du solltest die in trocken Reisen holen. Wir müssen das Ampo hochhalten. Unser Vorsprung beträgt 4 Sekunden. Die Strecke ist ganz so weit. Wir müssen die Strecke auch immer in die Strecke. Dann kann man die Strecke kommen. Es ist egal, dass es nur die Strecke nicht mehr entspricht. Schöne die Strecke ist. Die Strecke in den Strecke. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das ist vermutlich unsere Endplatzierung am heutigen Tag. Geh keine Risiken mehr ein und fahr unfallfrei ins Ziel. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.